Can this be from cash, not from YouTube? Ja, ich bin hier mit Jeremy. Warte. Er hat Trimms für mich. Hey, philippisches Essen. Gucken wir schnell, das ist mein Vlog, das ist ein Silvester-Vlog. Hast du was zu sagen, Silvester-Vlog? Nein? Okay. Warte, warte, warte. Okay, gleich, gleich. Halt, halt, halt. Es ist nur für Silvester, ich bleib schon mal auf. Warte, 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 warte. Es ist schön, das Essen zum Essen dabei. Schön, merci, verstehst du? Du verstehst? Nein! Nein, nein. Ah, verstehst du? Schau mal, ich habe eine Frage, Bro. Hast du vielleicht ein Motivationsding für die Menschen, die im Neujahr jetzt sagen, ja, Neujahr, Neu-Ich? Weißt du, ich meine, sowas in der Art. Hast du was Neues, Brie? Zwei. Also, eigentlich basic Dinge. Okay. Sei du selbst einfach, sei Confident. Geh mit dem Brust raus, geh durch die Menge und sei einfach anders. Oh. Ja. Und such dir Freunde, die, wenn du so gehst, die dein Brust wieder hoch holen. Genau! Die tragen dich, die carryn dich. Solche Freunde braucht ihr im Leben. Sehr wichtig. Das ist er und die ganze Gruppe. Genau. Versteht ihr? Danke, Mann. Okay. Das Ding. Okay. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Ich muss ein Intro machen. Das Ding. Das Ding. Ich will wieder back in eurem Bänge. Und Silvester, Silvester. Ja. Ja. Endlich haben wir ein Jahr schon zu Ende geschafft. Und jetzt. 3.24. Ich freue mich echt schon. Aber, ähm. Stopp, Pfeffer. Warte. Wir machen die Woche jetzt nicht. Kannst du den Licht abmachen? Okay. Auf jeden Fall, ähm. Heute machen wir was entspanntes. Alle gehen in den Club und so. Aber wir sind ja unter uns Freunde. Und, ähm. Genau. Hey, 5 Minuten, brother. Hörst du das? Hörst du das? Genau. 5 Minuten. Ich hier. Mietchen. Hörst du das? 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 Freisdoyer, 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 Leute Freisdoyer, 8, YouTube, scout the ice. Freisdoyer, 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 Fre Danke. Hast du dein Tag? Ja. Wie cool. Auf jeden Fall. Ich mache auch Vlog. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Ich kenne nicht alle Filme, weil wir haben quasi Spiele und Chancen. Ich war echt. Aber ich mache noch ein bisschen Vlog. Und wir müssen zu Ende sein. Ich weiß nicht. Die Tür muss noch zugehen. Ja? Tut mir leid. Nico Waller, nein! Halt, halt, halt! Halt, halt! Jetzt warte ich. Halt! Halt! Ja, ich nehme seine eh gleich. Sonntag. Auf jeden Fall. Das ist Theo Zeug. Willkommen. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Ich bin Cash, not from YouTube.